hallo meine freunde willkommen zurück bei tennis world tour ich freue mich dass ihr wieder dabei seid wir machen hier weiter mit der hilder stein und hatten ja das letzte match gewonnen 3 0 3 1 in zwei sätzen gegen die samantha salvat genau und jetzt haben wir die ehre gegen die sophia zimmermann anzutreten die 76 in der weltregeließe und auf level 3 genau wie wir und wir sind jetzt im halbfinale in vancouver in der oka open unterlegen und mal schauen ob wir da was reißen können wie gesagt wir spielen das ganze auf realistisch das heißt es gibt geht jetzt über zwei sätze also über drei aber wenn wir zwei sätze hintereinander gewinnen was tue ich denn dann haben wir gewonnen also zwei gewonnene sätze erreichen und es geht über drei breakpoint und unser punkt da kommt nicht mehr als platz immer man ich glaube so viel ja hieß sie ne gott Immer kein Ass. Yeah. 30, 30. Da sind wir wieder. Komm schon. Halbfinale, wie gesagt. Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich sie. 40, 30. Komm, das ist unser Aufflagspiel. Da müssen wir einfach konsequenter sein. Die 30 Punkte für sie, die waren schon unnötig. Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich da nach links gezuckt. Und weiter geht's mit der Misere. Scheint heute unser Tag zu sein. Und jetzt nach rechts. So einfach ist es. Zwei Minuten. Und wir haben vielleicht hier die Möglichkeit, auf unseren ersten Breakpoint hin. Uh. Können wir nochmal, äh, zweimal probieren. So einfach ist es. 1-0 für uns. Stein gegen Zimmermann. Die deutsche Hoffnung. Beide treten sie heute Abend gegeneinander an. Und die Stein ist heute vorne. Aber das kann sich schnell alles drehen. Wir haben erst 3 Minuten auf der Uhr. Und, äh, ja. Die Stein zeigt aber hier, was sie drauf hat. Mit dem nächsten Punkt. Und jetzt haben wir sie wieder. So einfach ist es hier. Wie gesagt. Und die hat ja auch genau wie wir Level 3, also kein Unterschied hier. Und wie gesagt, wir spielen das Ganze auf der schwierigsten, auf, auf, ja, auf der Stufe, auf der schwierigsten Stufe hier bei Tennis World Tour. Und, äh, schwieriger können wir das Ganze gar nicht stellen. 14. Auch gut. Jetzt nach rechts. Und dann haben wir sie wieder. Ja, ja. Und damit steht schon 2-0 für uns. Auch wenn wir am Anfang ein bisschen da unsicher waren. Scheint ja jetzt echt gut zu klappen. Kacke. Was für ein Zeit, um das zu tun. Was geht? Das gibt's doch nicht. 30-0 für die Zimmermann jetzt. Nach links jetzt. Yes. Boom. Boom, chakalaka. Boom. So, jetzt in die Höhe. Das gibt's doch nicht, Freunde. Was mach ich falsch da? Na. Uuh. Ist nach rechts. Come on. Und jetzt nach links. Wie eine Wilder da. Gut so, jetzt haben wir sie. Wenn da nichts schief geht, genau. Und damit haben wir das Ganze noch gedreht und erhöhen auf 3-0. Damit ist dieses... Ah, nee. Jetzt geht's nach, äh, äh, genau. Satzball. Jetzt können wir uns den Satz nicht an, so ist es. Deuce. Oh, nee. Deuce. Fault. Jetzt nach rechts. Was für ein Punkt hier. Yes. Was geht? Satzball wieder. So, jetzt geht's ab hier. Press sie in die Ecke rein. Schon wieder. Kommt's an die Ball und jetzt geht's wieder nach links. Wie gesagt, da kann sie nix tun. 3-0. Damit haben wir diesen Satz in der Tasche. Räuchte nur noch einen Satz zu gewinnen und dann wäre das Finale. Also, ja, dann könnten wir um die Trophy hier spielen. In der Oka Open. Und das in unserem ersten Turnier schon. Mit der Hilderstein. Und schon wieder haben wir sie erwischt. Die muss da zu viel in einer Ecke laufen. Und, äh, wenn die eine Ecke natürlich so offen steht, dann muss man eiskalt da hinziehen. Keine Faxen hier. Eiskalt bleiben. Hier auch. Und wir haben hier sieben Minuten auf der Uhr. Und wir können hier im zweiten Satz den ersten Break äh, Break hier gewinnen. Das wäre doch was. Yeah. 1-0, wie gesagt. Noch zwei Break-Points. Nöööööööö. Komm jetzt aber. da kommt sie nicht mehr ran 15 15 komm schon jetzt nach links heiskalt jetzt haben wir sie wieder jetzt aber auch noch nicht verdammt die gibt nicht auf nice geile spiele so 30 15 und jetzt nach links sie bleibt ein paar da stehen ja also einfach ist ja so ein vergrenzt ist der hinter doch nicht tun ja oh ne komm schon jetzt 40 30 40 40 jetzt habe ich sie wieder jetzt wieder nach links 2 0 und damit brauchen wir nur noch ein breakpoint und dann hätten wir dieses match auch in der tasse was für eine geile karriere was für ein geiler stadt in die karriere von der hilder stein nach rechts wie eine wilde 15-0 kommen wir bleiben jetzt eiskalt hier gut so so Oh ja! Wo ist sie von? Verdammte Scheiße! Wo sind die Gegner? Lauf 13. Lauf 13. Woh! 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 An den wären wir nicht rangekommen. Boah! Was geht? Wie waren die so verrückt? Komm, nächste. Auch gut. Das haben wir schon gewonnen. Yes! So ein Fall ist es. Elf Minuten gebraut. Um die Sophia Zimmermann hier. Auszunocken auf dem Kurt. Wunderbar. Die Hilda ist echt stark, finde ich. Und wir haben nicht mal einen Fähigkeitspunkt ausgegeben. Deswegen, das müssen wir auch später nach dem Turnier noch tun. Mal schauen, ob wir wieder eine Stufe... Ja, genau. Dazu bekommen haben. Level 4 haben wir es erreicht. Übrigens, ultimative Abwehr. Eine Präzisionsbonus zu Beginn. Also 3%... 3% Präzisionsbonus zu Beginn eines Punkts. Der Bonus verringert sich um 1 pro Schlag. Da hatten wir noch eine Fähigkeit dazu bekommen. Und im Finale steht Hilda Stein gegen Jung Cho. 80 auf der Welt im Tennis. Und alles das meine Freunde sehen wir dann im nächsten Part von Tennis World Tour. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Viel Spaß noch beim Zocken. Bis dann. Peace. 14 20 21 23 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020